Auf der einen Seite hat sich die Trauer doch relativ schnell gelegt. Nach diesem doch tragischen Halbfinal aus gegen Italien tragen die Iren doch einen gewissen Stolz mit sich und auf ihre Fußballmannschaft könnte das definitiv sein. Ein Schritt ist für sie noch zu gehen. Mein Name ist Mr. Wildstar, ich heiße euch herzlich willkommen zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2002, die Rekonstruktion des Turniers in Japan und Südkorea. Es ist Spiel Nummer 63 von 64. Das kleine Finale, das Spiel, was am meisten wehtut. Wenn du schon im Halbfinale bist und du dort ausscheidest, möchtest du nicht unbedingt dieses Spiel spielen. So haben das Sven Gürren Eriksson und sein Trainerstab formuliert. Trotz alledem, es geht gegen Irland in einem heißbrisanten Duell für die Three Lions. Sie lassen nicht die zweite Garde auflaufen, und genauso wenig wie die Iren. Und die Iren sagen sich jetzt erst recht, wir haben diese 120 Minuten gegen Italien überlebt und jetzt wollen wir auch noch England schlagen, um Dritter zu werden. Wir sind in Daegu zu diesem kleinen Finale. Das Spiel, wo das schnellste WM-Tor der Geschichte damals gefallen ist. Hakan Şükl für die Türkei zum 1 zu 0 nach 11 Sekunden gegen Südkorea. Die Türken wurden Dritter. Wer nimmt den Platz der Türken in unserer Rekonstruktion ein? Wer ist der Weltmeister von 1966? Wird es England, die hier in der Favoritenrolle stehen? Oder wird es doch die Republik Irland und eine einen Sommer krönen, der seinesgleichen sucht für diese Nation. Gehen wir runter nach Daegu zum Spiel um Platz 3 zwischen der Republik Irland und England. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, Mick McCarthys Truppe kann motiviert sein bis in den Fingerspitzen. Sie gehen hier mit der Bestbesetzung ran. Alle Spieler fit. Keiner ist gesperrt. Nicht so wie auf Seiten Englands, die zwei Spieler ersetzen müssen. Hinten in der Verteidigerei anstatt Gary spielt Phil Neville und Saul Campbell wird ebenfalls ersetzt werden müssen. Durch wen habe ich jetzt leider nicht mehr auf dem Schirm. Die Startaufstellung ist sehr kurzzeitig aufgeploppt. Wir werden sehen, wer der Ersatzmann ist, sofern er an den Ball kommt. England von rechts nach links die Iren in den grünen Trikots. Dieses Duell heiß erwartet. ein Duell zweier Konfliktparteien. Ab 1990 wurde das Spiel bisher auch bei einer Weltmeisterschaft gespielt. Damals in der Gruppenphase ging dieses Duell eins zu eins aus. Torschütze bei den Three Lions damals ein gewisser Gary Lineker. Nun mit Beckham, mit Heskey, aber man muss auch dazu sagen, diese Truppe auf dem Weg zu den nächsten Turnieren hat eine ganze Menge Potenzial. Es kommen ja ein paar alte Haudegen, Terry Sheringham, David Seaman wird seine Karriere nach diesem Weltmeisterschaft beenden in der Nationalmannschaft. Das ist sein letztes Länderspiel und er kassiert von Robbie Keen mal ein wunderbares Abschiedsgeschenk. 1 zu 0 für die Iren. Die erste Aktion eben für die Iren in dieser Partie. Und der Grundstein, der ist gelegt für die Boysen Green. Und da stößt Martin Kuhn, der in der Startelf geblieben ist, eben für Sol Campo geblieben ist. Sauer auf seine zweite gelbe Karte in diesem Turnier. Das hat jetzt lediglich nur noch Makulatur die Karten hier zum Schluss dieses Turniers. Skoltz gegen Breen. Ist ja da Zweikampfseger Ian Hart. Auf jeden Fall einer der ganz großen Namen, die sich bei dieser Weltmeisterschaft aufgetan haben für die Iren. Quinn. eher positiv hervorzuheben, haben die meisten Tore Irlands geschossen bei dieser Weltmeisterschaft zusammen mit Robbie Keane. Ferdinand wieder drin nach seiner Sperre im Halbfinale. Holte er sich direkt auch wieder die nächste gelbe Karte ab. Herr Quinn, der Ball kommt in den 16er, reingeflogen Kürben und im Zweitgang wieder Robbie Keane, das ist das 2 zu 0 für Irland. Die Iren wollen ist. Das merkt man hier in den ersten 25 Minuten. Die Three Lions würden am liebsten im Flieger nach Hause sitzen. Man verübelt es ihnen nicht. Dieses Turnier hat Körner gelassen. jetzt nach dieser bitteren Halbfinal-Niederlage gegen Belgien, wo man auch geführt hatte, möchte man eigentlich nur noch nach Hause und für die nächsten zwei, drei Wochen Fernseher aushaben und die Vorhänge zuziehen. britische Presse auch nicht wirklich begeistert von dem Spiel gewesen. Rio Ferdinand zu allem Überfluss macht man sich hier mit diesem Auftreten jetzt im Spielplatz drei nicht unbedingt mehr Freunde als sie ohnehin schon haben. Das ist ein gefundenes Fressen für die Iren ist mit meiner Meinung der Körper reingestellt von Breen und die Balleroberung für die Republik Irland. Bisheriger größter Erfolg Einzug im WM Viertelfinale 1990 damals an Italien gescheitert genauso wie in dieser Rekonstruktion nachdem man 120 Minuten lang in der Defensive Beton angerührt hat. Und hier doch ist das eine ganze Menge Druck zu in einer Art und Weise wenn man hier England die Bronzemedaille aussticht. Körbein mal wieder dieses Mal allerdings konnten die Iren das entschärfen. Kevin Körbein hier am Ball der Mann vom FC Sunderland der die mehr oder weniger Vorlage gegeben hat für das 2 zu 0 Robby Keane Doppeltorschütze jetzt vielleicht nochmal David Beckham bringt die Three Lions zumindest wieder ins Spiel. Wenigstens einer der Mann von Manchester United David Beckham im 1 gegen 1 gegen Schalke Die Iren haben auch mit einer stabilen Abwehr überzeugt das ist erst nur das zweite Gegentor für die Republik Irland bei dieser Weltmeisterschaft weiteres gegen Spanien kassiert ohne Gegentor gegen Polen ohne Gegentor gegen Italien ausgeschieden die finden sieht nochmal die gelbe Karte hier kurz vor hinter der ersten Halbzeit die Gruppenphase ohne Gegentor überstanden also Chapeau an die Republik Irland ein unglaubliches Turnier was sie hier bis dato gespielt haben das ist dankbarer Ball für den Torwart gehen wir in die Halbzeit und die Führung Irlands nehmen wir mit Doppeltorschütze Robbie Keane England mit einem Mann weniger David Beckham konnte gerade eben noch zumindest die Three Lions wieder in die Spur bringen also diese Begegnung ist spricht für Mick McCarthy für die Boys in Green sind kurz davor hier die Bronzemedaille mitzunehmen bei dieser Weltmeisterschaft man muss nur die Three Lions noch ein wenig auf Distanz halten die vielleicht mit dem Anschlusstreffer von David Beckham wieder Mut schöpfen können sich hier nicht ganz aufzugeben in den zweiten 45 Minuten da kommen sie die beiden Mannschaften aus den Kabinen man wird noch ein wenig der Ball hin und her geschoben es wird ein wenig warm gelaufen für die zweiten 45 Minuten Irland mit der Führung im Spiel und Platz drei gegen England 45 Minuten sind noch zu absolvieren David Beckham der den Weltmeister von 1966 wieder herangebracht hatte mit seinem Anschlusstreffer soll den Weg führen schluck genug sieht hier nochmal die gelbe Karte Freistoß für die ihre mit der Balleräuberung wird sofort versucht wieder Robby Kien einzubinden auf engstem Raum wird der Ball dort bewegt Robby Kien der ist nicht schlecht der Ball der kommt Post zurück Steven Gerard kriegt das nicht geklärt dann ist Nael Quinn völlig frei und der zimbert das Ding an den Querbalken Riesenchance für Irland hier wieder den alten Abstand wieder herzustellen und jetzt die Three Lions über Michael Owen und dieser Pass bleibt bei Breen Heng Post wendend wieder in die andere Richtung Ashley Cole Zero Fs given auch er darf vorzeitig unter die Dusche England nur noch mit neun Spielern das sehen wir im Gesicht von Ashley Cole er ist nicht begeistert von der Entscheidung aber sollte über seine eigene Arbeitsmoral mal nachdenken Freistoß kommt zuerst geklärt Haski nimmt ihn sich an und über die rechte Seite geht es aus Paul Scopes jetzt versucht den lang zu schlagen scharf zu machen Kane kommt Zweiter Ball Articum wäre sowieso eine Abseits Situation gewesen aber bei dieser Weltmeisterschaft haben wir das ein oder andere Tor gesehen was wirklich auch aus dem Weltraum sehen konnte ist dass das eine Abseits Position gewesen ist die allerdings trotzdem für die angreifende Mannschaft gewertet worden ist gute 20 Minuten sind noch hier zu gehen die Three Lions sitzen da dringend sitzen dahinten dringend David Packen sie gelb kommen nicht wirklich in die gegnerische Hälfte und die zahlreichen Fouls und Wirklichkeiten die tragen auch nicht wirklich zum gewünschten ergebnis für die Lions bei Nyle Quinn David Seaman in seinem vermutlich letzten Länderspiel 38 Jahre als oh weh oh weh oh weh David Beckham ja am Ende merkt man doch dass die Grundmotivation hier bei den ihren deutlich höher ist die Three Lions lassen sich hier zu sehr über ihre Emotionen verleiten es gibt nochmal einen Freistoß für England und die gelbe Karte für Carsley nochmal oben drauf für den Mann vom FC Everton er muss wohl gewechselt werden da hat sich Steve McManaman wohl ein bisschen schlimmer wehgetan für ihn ist Nicky Bott drin 27 Jahre alt ebenfalls bei Manchester United unter Vertrag Quinn der die Mega Chance hatte in die 57. Minute schenkt den Three Lions hier einen Einwurf Phil Neville wird diesen ausführen und soll er gehen geht direkt zum Stürmer zu Niall Grin und Nicky Butt begrüßt sich erst einmal hier nochmal für die letzten paar Minuten auf der großen Bühne des Sports und holt sich auch mal ganz gefährlich eine gelbe Karte ab gute Position um den Ball mal langzuschlagen in den Strafraum geht sogar außerhalb 90. Minute ist jetzt rum Paul Scouts ist auf einmal oh Carsley macht wohl möglich das Richtige auch wenn er hier vom Platz fliegt Scouts wäre durch gewesen verhindert hier eine klare Torchance das ist glattrot das ist eine Notbremse und somit sichert er möglicherweise der Republik Irland hier Platz 3 außer Emil Hesky kommt da zum Torabschluss möglicherweise nochmal eine Chance für die Three Lions but immer noch Kevin Kilbin sichert die Kohle der Schiedsrichter möchte das Ganze hier noch nicht beenden Holland und nochmal Matt Holland von Ibswishtown Ian Hart eigentlich hätte er hier noch ein Tor verdient gehabt was eine Weltmeisterschaft die Leeds Verteidiger hier bisher gespielt hat und jetzt wird sie gekrönt mit der Brause Medaille Irland ist dritter das 2 zu 1 sichern sie über die Zeit und England wie schon 1990 fahren sie ohne Medaille nach Hause und das absolut verdient die Ehren haben von Sekunde 1 die Körpersprache an den Mann gebracht wir holen uns hier die Bronze Medaille von den Three Lions nichts nur in Selbstmitleid versunken diese Niederlage gegen Belgien die sticht immer noch zu sehr nach währenddessen auf der anderen Seite die Republik Irland eine wundervolle Weltmeisterschaft krönt ein Spiel haben wir noch Irland ist dritter Platz 1 und die Plätze 1 und 2 werden morgen ausgespielt wohl wichtiger noch wer wird Fußball Weltmeister 2002 das Endspiel schaltet morgen ein Italien gegen Belgien das Finale unserer FIFA WM 2002 Rekonstruktion mein Name ist Mr. Walz Zalt ich sag tschüss und bis morgen zum Endspiel der WM 2002 bin ein jour sei ymph je von vors υχ Untertitelung des ZDF, 2020